Ich bin jetzt Studienanfänger, also habe mich für den Masterstudiengang Angewandte Nachhaltigkeit eingeschrieben und da wurde mir dann auch zu Beginn das Anmeldeformular quasi auch für die Summerschool zugeschickt und ich dachte, warum eigentlich nicht? Das Thema passt halt super jetzt auch zum Studiengang und gerade vernetzt mit Digitalisierung und auch irgendwie anderen Disziplinen, die also die Workshops auch beinhalten, ja dachte ich vielleicht ganz, ganz cool so zum Studienstart einen Überblick zu bekommen, auch mal hier in der Hochschule zu sein, ein paar Leute kennenzulernen. Heute ist ein Use Case, für den ich mich angemeldet habe zum Thema Umwelt und Digitalisierung und in den nächsten Tagen gibt es auch noch einen Workshop, der nennt sich, ich glaube, Technik im Spiegel der Gesellschaft. Wir machen auch noch eine Explosion. Ich habe versucht, so von allem ein bisschen was mitzunehmen. Also Nachhaltigkeit wird ja immer wichtiger und ich fand das Thema interessant und habe zurzeit Semesterferien. Und welchen Workshop belegst du? Technik im Spiegel der Gesellschaft 2. Im Wintersemester fange ich an mit dem Studium und zwar ich werde angewandte Nachhaltigkeit studieren und deswegen interessiert mich natürlich alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Also wir hatten in der Woche super, super viel Input. Es gab Vorträge, insbesondere heute jetzt noch mal, zum Thema Elektrofahrzeuge. Wir hatten viel über Versorgung. Es waren viele Vorträge, natürlich mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit verknüpft. Ich denke, so um mal einen Überblick zu bekommen, was gerade eigentlich so, ja hauptsächlich eigentlich in der Wirtschaft, aber auch in der Hochschultechnik irgendwie, in Richtung Digitalisierung und Nachhaltigkeit läuft, war es gut, mal einen Überblick zu bekommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.